Wie geht's euch, Leute? Mein Name lautet Danny Burnitch. Willkommen zu einem, Leute, ein Video von mir. Übrigens, zum ersten Mal habe ich echt vergessen, ohne Scheiß, ich habe es echt vergessen, gibt es noch eine vierte Map, die heißt Fog und die soll richtig besonders sein, denn man kann irgendwie ein Kettensägenmann sein. Das Ganze klingt zwar vielleicht ein bisschen komisch, aber das ist eine Grusel-Map, die sollte ich vielleicht eher abends spielen, aber es ist jetzt morgens und ich kann jetzt nicht warten, bis es abends wird. Keiner wird das tun. Auf jeden Fall ist es eine Grusel-Map, gefällt mir, ja, ich weiß nicht, wie sie mir gefällt, um ehrlich zu sein, ich habe sie noch nie gezockt, denn irgendwie habe ich die echt nicht getroffen, die Map, also es ist wirklich Zufall, dass die Map wirklich gekommen ist, ja, denn ich habe sie einfach, ich weiß gar nichts über die Map quasi, wirklich null, aber außer, dass da einer ist oder keiner, alter Schwierig, ich habe keine Ahnung, der chillt, chillen ist erlaubt, Danny, mach ich mich hier, halt deine Flasche, das ist alles nur deine Schuld, aber Danny, tut mir leid, okay, ich vergebe dir. Alter, das ist echt krank hier, was geht denn hier, oh, ein Cyper, haben wir bekommen, alter, auf den ersten Blick gefällt die mir gut, auf den ersten Blick nur, der ohne Scheiß, das kann sich so schnell ändern, da ist einer, da ist einer, haben wir auch bekommen, ich wusste, dass er da kommt, weil er da lang gelaufen ist, ich sage, komm, du warst nicht in meinem Team, deswegen. So, ich glaube, ja, die campen alle jetzt da, okay, da gibt es ein Haus, ich frage mich, wie man zu diesem Kettensägen man werden kann, ich weiß gar nicht, ob ich da irgendwas falsch verstanden habe, auf jeden Fall, ähm, oh, das war knapp, hier oben, da müsste auch einer kommen, oder auch nicht, okay, der killt die, machst du sehr gut, Teammate, danke dir, ich bin stolz auf mich, kannst du auch durch, alter, die Musik, Alter, Showmusik, oder was? Höh? Alter, was ist das für eine Musik, alter? Krass! Eigene Musik für eigene Maps! Alter, ist das episch gerade! Was für ein epischer Moment! Alter, ich kann gar nicht mehr reden, alter! Hört ihr das? Richtig krass, alter! Okay, Leute, wir werden diese Map jetzt endlich spielen, yo! Ich laber mal wieder, scheiße! Bam! Krass, alter! Ey, das ist echt krank, alter! Vor allem, wenn man das abends zockt, das macht bestimmt so einen Spaß! Habe ich richtig Bock, einen Livestream zu machen! pepe, 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 pepe! Scherz! Okay, das war zu viel des Guten! Okay, da kommen die langen! Wo, gibt's hier irgendwie eine Tür? Ah, hier! Bam! Schüppelgeld! Missgeboten! Bam! Oh, er hat auch einen Wolf! Hallo, denn ich bin ein Wolf, guck mal! Alter, ich will auch den Wolf scannen, ich habe ihn mir gekauft, aber irgendwie habe ich nicht bekommen! Muss ich da irgendwas einschalten? Tö, 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 tö. Bam, Alter. Yeah, dann, ich bin wieder da. Du bist aber ein Hund, du bist kein... Oh, ich hab Vorräte. Genau falsch. Danny, du bist der schlaueste Mensch im Welt. Oh mein Gott. Okay, diese Vorräte kann ich vergessen, außer ich kann da hoch irgendwie. Kann ich aber bestimmt nicht. Ist das nicht die Songmusik, Leute? Alter, so geil, Alter. Das ist so geil, so eine Map zu haben mit so einer eigenen, ähm... Ja, einer Theme-Song-Map. Sagt man das so? Ich glaub schon, oder? Auf diese Map könnte ich voll gut auf K.I.M. gehen. Weil die nicht gerade schwer zu spielen ist. Ich mein, ich spiel die zum ersten Mal. Ich wusste nicht mal, dass sie existiert. Ich hab voll vergessen. Ja, was geht, Teammates? Nix bei dir denn? Oh, nix. Alter, Leute, Teammates. Ihr könnt doch nicht ernsthaft die Gegner ernst nehmen, Alter. Ich kann die Gegner gar nicht ernst nehmen. Die sind schlecht wie... Keine Ahnung. Okay, das heißt, das Spiel gleich 19 zu 3. War easy, locker, flog ich aus der Hüfte. Ich hab alles steif gehalten, natürlich. Aber nur so halb steif, weil die Gegner waren so schlecht, um alles steif zu halten. Ich hoffe, ihr habt wenigstens alles steif gehalten. Wenn das der Fall war, klickt den Daumen-lauch-Oben-Button, wenn dir das Video gefallen hat. Und vergesse nicht, meinen Kanal zu abonnieren, um nie wieder in Zukunft etwas zu verpassen. Und dann sag ich noch 3, 2, 1. Tschuuuuuuuuuuuuuuu